Das war das Intro für unsere Sendereihe, die am 21. Januar bei O1 startet. Denn wir machen nicht nur die Veranstaltungsreihe, sondern eben auch eine Sendereihe. Und am dritten Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr bis 19.55 Uhr, kommen die Themen dann ganz anders als im Theater, aber doch mit den seltenen Menschen nochmal dran. Jetzt möchte ich erstmal Christian Föhrbach ganz herzlich danken für diese tolle Begrüßung im Theater. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Seit neun Monaten hat ein immer größer werdendes Team von total kreativen Leuten diesen Abend und diese ganze Reihe vorbereitet. Und wir sind alle wahnsinnig gespannt, wie das nun gehen wird. Kreativ, nachhaltig, solidarisch. Das ist das Motto, das wir für unsere Reihe gewählt haben. Kreativ, da sind wir frei. Da dürfen wir vielleicht auch mal verrückt sein. Irrwege gehören zum kreativen Schaffen dazu. Und wir suchen einfach Wege, wie wir gesellschaftliche Strukturen erneuern können, wie wir Altes aufbrechen können, ohne zu zerstören und ein gutes Leben für alle zu gestalten. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, nachhaltig. Das heißt für mich, gerecht. Jeder nimmt nur so viel von den Schätzen unserer Erde, dass alle anderen auch so viel nehmen können. Und davon sind wir, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, ganz weit entfernt. Solidarisch, man sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das mag hier und da so sein. Ein gutes Leben für alle entsteht aber da, wo wir nicht gegeneinander, sondern zusammenarbeiten. Und wo wir die Erträge unserer Arbeit miteinander teilen. In verwandelter Gestalt tauchen in diesen drei Wortsen die alten Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wieder auf. Herzlich Willkommen in unserer Werkstatt. Packen wir es an. Damit übergebe ich an Bartel Pester, der den Abend moderieren darf. Vielen Dank. Vielen Dank.